Übrigens, wenn ihr jetzt mal sagt, okay, also Paulus Lehre kam auf den Prüfstand und hat komplett bestanden, gab es auch mal eine Prüfung von Mohameds Lehre. Die Rettungsbotschaft brachten jetzt, wird nämlich mal gesagt, okay, was ist denn diese Rettungsbotschaft? Um jetzt nochmal zu gucken, was ist denn das für ein angeblich anderes Evangelium? Und wir erinnern uns vor Gott, unserem Vater, immer wieder an euer tatkräftiges Glaubensleben, eure aufopfernde Liebe und euren unterschütterlicher Hoffnung, die ganz auf Jesus Christus, unseren Herrn, ausgerichtet ist. Also die Botschaft, die Paulus gebracht hat, die war eine praktische und die war ganz auf Jesus ausgerichtet. Das lernen wir bei dem ersten Schwarzgedruckten. Beim zweiten lernen wir, Gott sprach damals nicht nur durch unsere Worte zu euch, seine Macht zeigte sich auch im Wirken des Heiligen Geistes und in der großen Zuversicht, in der wir bei euch auftreten konnten. Ihr wisst ja, wie es uns bei euch ging, um euch ging. Entschuldigung, ihr wisst ja, dass es uns um euch ging. Also Paulus war nicht auf sich selbst fixiert, sondern er hat sich um die Leute gekümmert und es wurde bestätigt, es wurde bestätigt durch den Heiligen Geist. Wie wir vorhin auch schon mal gehört haben, dass Gott selbst dem Paulus den Stempel der Apostolizität, den Stempel eines echten Propheten aufgedrückt hat, in dem die den Heiligen Geist bekommen haben und den Gottes Heiligen Geist Wunder gewirkt hat. Dann heißt es aber, die Leute erzählten, wie ihr euch von den Götzen abgewandt habt. Auch jetzt wieder, wir haben vorhin schon gehört, Paulus hat die Abkehr von Götzen gepredigt und auch hier wird es deutlich, dem Thessalonischen hat er dasselbe gepredigt. Die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt habt und zu dem wahren und lebendigen Gott umgekehrt seid, um ihnen zu dienen und auf seinen Sohn zu warten, der aus dem Himmel zurückkommen wird. Das ist der, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns vor dem kommenden Gotteszorn rettet. Also auch hier, erstens Ausrichtung auf Jesus Christus, zweitens Gottes Macht hat Paulus Worte bestätigt, drittens es ging Paulus um die Menschen, viertens die haben sich dann von den Götzen abgewendet, etwas worüber Muslime eigentlich sehr froh sein sollten, aber das wird nie erwähnt, warum nicht? Dann wird die Rückkehr von Jesus erwartet, was auch Muslime erwarten. Jesus wurde auferweckt und rettet vom Gericht Gottes etwas, was auch in der Predigt von Jesus und in dem, was Jesus gesagt hat, vorkommt. Übrigens, das Spannende ist ja, was für eine Bibelstelle der Harun benutzt, um diese Behauptung überhaupt aufzustellen. Also in der NEÜ Bibel ist schon diese Überschrift, da steht schon als Überschrift, das gehört nicht zum Bibeltext, aber das ist der Inhalt. Es gibt nur ein Evangelium, der Harun versucht zu zeigen, dass der Paulus ein anderes Evangelium hat, was sich von anderen Evangelien, von den anderen Jüngern unterscheidet. Dieser Text, der ist schon überschrieben mit, es gibt nur ein Evangelium. Wie es dann auch heißt in Vers 7, dabei gibt es doch keine andere, nämlich keine andere Heilsbotschaft, kein anderes Evangelium. Und dann heißt es auch nicht, ja gut, aber wir erzählen halt, was wir wollen oder sowas, sondern in Vers 8 heißt es dann, aber nicht einmal wir selbst oder ein Engel aus dem Himmel darf euch irgendetwas als Evangelium verkünden. Wir selbst dürfen euch auch nichts anderes verkündigen als dieses eine Evangelium, wo es kein anderes gibt. Es gibt nur ein Evangelium und wehe dem Engel, der was anderes sagt, angeblich Engel, zum Beispiel wie der Jibrahil, der Bürger von Hira, der eine andere Botschaft gebracht hat. Oder nicht einmal Paulus selbst dürfte eine andere Botschaft bringen. Das macht er hier selbst klar. Er nimmt sich da absolut mit rein. Er sagt, hey, es gibt nur ein Evangelium und wehe dem, der was anderes erzählt, als dieses eine einzige Evangelium. Ja, und das überspringe ich jetzt ein bisschen schneller. Ich denke, ihr habt den Grundpunkt, den Grundtenor verstanden. Und hier unten gehe ich nochmal auf diesen Satz ein. Wenn nun aber gepredigt wird, dass Christus von den Toten auferweckt wurde, also das ist wirklich tatsächlich diese Botschaft, die Kreuzigung und die Auferstehung, diese Punkte sind die zentrale Botschaft, auch bei Paulus, auch bei Petrus, auch bei Jesus. Und die werden tatsächlich gebracht. Und wo ist denn jetzt, wenn dieser der zentrale Punkt ist und alle bringen den, wo ist denn dann ein anderes Evangelium? Also, Paulus selbst sagt, ich habe euch in erster Linie das weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, wie es die Schriften gesagt haben. Er wurde begraben und am dritten Tag auferweckt, wie es die Schriften gesagt haben. Und hier glauben die Gelehrten von dem, wie das hier formuliert ist, dass es im Prinzip eine Art Glaubensbekenntnis ist, was schon möglicherweise von Jahre fünf nach der Kreuzigung stammt. Also das ist wahrscheinlich ein uraltes christliches Glaubensbekenntnis, was hier der Paulus aufgenommen hat in seinen Brief. Und es zeigt die Lehre der Christenheit von Anfang bis jetzt. Ja, also Paulus gibt weiter, was er empfangen hat. Er starb, Jesus starb für Sünden, Jesus wurde begraben und auferweckt. Die zentrale Botschaft. Alles ist in Übereinstimmung mit den Schriften. Auch das nochmal, Paulus bringt für alles den Schriftbeweis. Selbst wenn ihr uns, selbst liebe Muslime, wenn ihr sagt, wir glauben dem in Giel nicht. Kein Problem. Dann legen wir das Neue Testament zur Seite und beweisen euch alles, alles aus dem Alten Testament. Ihr braucht nicht denken, dass wir dann deshalb weniger vollwertige Christen sind, wenn ihr uns das Neue Testament wegnehmen würdet. Okay, wir haben das Alte. Das reicht. Da steht alles schon drin. Das steht vielleicht nicht so ausformuliert. Da stehen vielleicht manche Dinge noch verborgen oder in Vergleichen geschrieben. Aber wer weiß, was da steht und wer die Tatsachen weiß, was Jesus gesagt und gelehrt hat, der sieht Jesus im Alten Testament von vorne bis hinten. Alles in Übereinstimmung mit den Schriften. Die beiden zentralen Punkte von Paulus Botschaft. Sühne, Tod und Auferstehung von Jesus. Überall. Also wenn jetzt Paulus Lehre auf dem Prüfstand steht und die kommt dann ja mal auf dem Prüfstand und das überspringe ich jetzt ganz, ganz super schnell. Nämlich in Galater 2, wo im Prinzip rauskommt, also hier nochmal für die, die es dann später mal nachlesen wollen, zeige ich es kurz an. Und da kommt raus, also Paulus stellt sich einer Prüfung. Paulus ist bereit, seine Lehre prüfen zu lassen, obwohl er sagt, hey, eigentlich habe ich es nicht nötig. Ich habe das von Gott. Gut, das sagt er nicht so, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen ab. Ihr wisst, worauf ich hinaus will, hoffentlich. Er sagt, es wäre insofern nicht nötig. Ich habe die Botschaft von Gott bekommen. Aber trotzdem stelle ich mich jetzt der Prüfung durch die Apostel. Und die Lehre von Paulus wird in keinem Punkt beanstandet. Paulus wird voll akzeptiert. Und es ist auch da wieder die Rede von einem Evangelium. Es gibt nur ein Evangelium. Und dieses Evangelium bringt Paulus den Menschen. Und deshalb ist es insofern sein Evangelium, weil er es predigt. Aber es ist nicht sein Evangelium, weil es sich von anderen Evangelien unterscheiden würde. Wie gesagt, das gucken wir jetzt nicht so genau durch. Dann auch auf dem Apostelkonzil. Vermutlich ist das sowieso dieselbe Begebenheit, die hier beschrieben wird. Aber eben jetzt nicht aus der Sicht von Paulus, sondern nochmal aus der Sicht von den Aposteln. Auch das überspringen wir nur und gucken nur ganz grob drüber. Und ich sage euch, ihr könnt dann, wie gesagt, das in Ruhe nochmal angucken. Ich sage euch, was da bei rauskommt. Beim Apostelkonzil geht es erstmal um die, auch wieder da ist die Bereitschaft zur Prüfung der Lehre von Paulus. Thema ist die Beschneidung. Das war der anlassgebende Punkt, wie auch in Galater, wo das Thema Beschneidung ein Hauptproblem ist. Die Beschneidung wird nicht verlangt, genauso wie in Galater. Auch da Bezug auf das Wirken Gottes und die Heilige Schrift wird genommen. Dann wird gezeigt, dass Rettung durch Gnade kommt. Das sagt auch der Paulus nochmal hier ganz eindeutig, dass man nicht durch das Gesetz gerettet wird, sondern durch Gnade und durch Glauben. Diese beiden Punkte, dass nicht das Gesetz, die Christen, die Apostel um Petrus waren sich klar. Vielleicht zeige ich das schon nochmal kurz. Und dann wird hier übrigens auch gesprochen von unseren lieben Brüdern Barnabas und Paulus. Ja, hier steht es, das ist in der Mitte. Damit auch die übrigen Menschen nach mir fragen, die Menschen aller Völker, die ich zu meinen, Entschuldigung. Das war das nicht. Hier, das wollte ich euch zeigen. Gott machte zwischen ihnen und uns keinen Unterschied. Und durch den Glauben hat er auch ihre Herzen gereinigt. Also Glaube ist nötig und das ist das, was reinigt. Warum wollt ihr Gott jetzt herausfordern und ein Joch auf den Hals ihrer Jünger legen? Also Regeln nochmal denen geben. Und zwar ist hier von den Regeln des Gesetzes die Rede, dass weder unsere Vorfahren noch wir selbst tragen konnten. Also wir selbst konnten das Gesetz nicht erfüllen. Keiner konnte das Gesetz erfüllen. Das sagt der Petrus hier nochmal ganz, ganz klar und deutlich, dass er dieser Meinung ist. Keiner konnte das Gesetz erfüllen. Wir brauchen den Glauben. Und allein durch die Gnade des Herrn werden wir gerettet. Und sind die gerettet worden. Das wird hier, diese Punkte werden dann nochmal ganz, ganz klar von Petrus herausgestellt. Und Rettung durch Glaube, durch Gnade. Keiner kann das Gesetz erfüllen. Und es soll keine zusätzlichen Lasten, keine Regeln für die Heidenchristen geben. Für die, die nicht aus dem jüdischen Volk sind und Christen sind. Und dann wird sich von diesen Beschneidungspredigern, für die sagen, hey, ihr sollt euch beschneiden lassen. Von denen wird sich dann noch in einem Brief ausdrücklich distanziert. Da wird ausdrücklich gesagt, hey, die kommen nicht von uns. Die haben keinen Auftrag gekriegt. Oder kommen von uns, aber haben keinen Auftrag von uns gekriegt. Und Paulus und Barnabas sind nicht Gegner, sondern die werden hier liebe Brüder genannt. Also wer hier dann behauptet, ja, da gibt es eine Rivalität zwischen Paulus und Petrus. Oder da gibt es Zwist oder da gibt es einen Konkurrenzkampf, wird dann nochmal von Harun behauptet. Und es ist doch einfach nicht wahr, dass es genau der Punkt, wo Paulus Lehre auf dem Prüfstand stand. Und sowohl von Paulus Sichtweise, von Paulus Beschreibung aus, als auch von der Beschreibung durch Lukas, wird ganz klar, alles in Ordnung, seine Lehre wird komplett anerkannt. Und alles, was der Petrus dann auch sagt in diesem Bezug, deckt sich komplett mit dem, was Paulus predigt. Also Gottes Geist hat die Entscheidung geleitet. Das ist auch hier wieder wird gezeigt, dass es nicht einfach was war, was jetzt die Jünger sich ausgedacht haben, sondern Gottes Geist hat die Entscheidung geleitet. Und es werden nur die vier mosaischen Regeln für die Nichtjuden aus Leviticus 17, weil diese Regeln halt in allen Synagogen gelesen werden. Und in dem judenchristlichen Kontext soll man sich an diese Regeln halten. Das wird ihm noch mitgegeben. Aber übrigens, wenn er jetzt mal sagt, okay, also Paulus Lehre kam auf den Prüfstand und hat komplett bestanden. Gab es auch mal eine Prüfung von Mohammeds Lehre? Ja, beziehungsweise es gab die Aufforderung dazu. Nämlich Mohammed wird gefragt, fragt diejenigen, die vor dir die Schrift lesen. Hat er das gemacht? Nein. Und wo dann Leute gekommen sind, die die Mohammeds Lehre auf den Prüfstand geschickt haben, die gesagt haben, hey, was ihr Muslime glaubt, das ist aber nicht korrekt. Was über Jesus sagt, ist aber nicht korrekt. Was über Gott sagt, ist aber nicht korrekt. Was macht Mohammed? Lässt er sich korrigieren? Nein. Also Mohammeds Lehre wurde auf den Prüfstand gestellt und ist durchgefallen von den Schriftbesitzern. Wen sollen die fragen? Fragt diejenigen, die vor dir die Schrift lesen. Oh, und dann kommen welche, die die Schrift vor ihm gelesen haben und argumentieren übrigens sehr gut, aber werden nicht akzeptiert. Liebe Muslime, warum bitte schön sagt Allah, fragt die Schriftbesitzer, wenn Mohammed erstens die Schriftbesitzer nicht fragt und zweitens, wenn die Schriftbesitzer dann kommen, dann sagt er, nee, interessiert mich nicht, was er sagt. Und ich sage euch was anderes. Passt doch nicht. Stimmt doch was nicht. Also, nochmal, es gibt auch noch andere Stellen, die das zeigen, wie die Rettung und wie die Botschaft von Paulus war und wie die Botschaft von Petrus war, dass es echt einfach übereinstimmt, wie auch Jesus dieselben Dinge gepredigt hat. Und auch Jesus spricht von den Schriften, die alles vorhersagen, spricht von dem Messias, der leiden musste und sterben, spricht vom Messias, der verherrlicht werden muss und auferstehen. Also, Jesus bringt genau dieselben Punkte. Und auch in Markus, an anderer Stelle wird von Tod und Auferstehung geredet. Immer wieder im Neuen Testament, egal wen, egal welchen Autor du fragst, Tod und Auferstehung sind die zentralen Lehren. Und nochmal, wenn wir dann sehen, wie war die Predigt, wie war das Evangelium von Petrus, wie war das Evangelium von Paulus? Und es war identisch. Und lieber Harun, lieber Sertatsch, nur weil euch das nicht passt, ändert das nicht die Tatsachen. Nur weil ihr nicht an die Kreuzigung, Auferstehung und die Rettung durch Jesus glauben wollt, ändert das doch nicht, dass jeder Autor im Neuen Testament dasselbe sagt. Und dass die Inhalte sich doch einfach treffen und passen. Und dann, wie war das Evangelium von Petrus?